Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen im Wochenende. Die erste Aprilwoche ist schon rum und in einer Woche ist schon Ostern. Es ist echt irre, wie die Zeit auch diese Woche vergangen ist. Es ist auch allerhand zu erzählen. Es gibt drei abgeschlossene Bücher, es gibt eine abgeschlossene Serie, es gibt den Gewinner unserer Leserunde für den Monat April. Es liegen da zwei Neuzugänge, die ich euch zeigen möchte. Und ja, die Leserunde zu Drood hat begonnen. Und ja, ich denke, so eins nach dem anderen. Begonnen hat meine Lesewoche am Wochenende mit den New York Diaries von Allie Taylor. Es ist der dritte Band Phoebe erschienen im wunderschönen Blau. Und ja, habe auch ein paar Notizkleber eingeklebt und ja, habe ich am Wochenende gelesen. Beendet am Mittwoch. Wenn ich mich nicht irre, habe ich dann Silo von Hugh Howie. Das war ja unser Leseclub-Buch im März, was sich ja durch die Leipziger Buchmesse ein bisschen nach hinten gezogen hat, sozusagen. Und wir jetzt im Grunde erst im April fertig wurden. Aber ich finde, bei einem Wälzer mit knapp 500 Seiten ist das auch absolut in Ordnung. Und als letztes habe ich zusammen mit der lieben Susan vom Kanal Susan Lives Careable gelesen von Stephanie Garber. Wir haben uns da relativ spontan in dieser Woche dann dazu entschieden. Hatten erst überlegt, oh, lesen wir das nächste Woche. Und dann habe ich gesagt, bevor ich aber irgendwas anderes anfange. Und sie hat auch gesagt, oh, eigentlich ist das schon eine spannende Story. Und schwupps, haben wir uns das ein bisschen eingeteilt und auch gelesen. Und ja, wie es manchmal so ist. Und ja, ich denke aber, wir starten jetzt erstmal mit dem ersten Buch der Woche. Ja, es sind die New York Diaries, der dritte Teil mit der Protagonistin Phoebe. Und das dritte Buch ist von Ellie Taylor. Und Ellie Taylor ist ja das Pseudonym von Anne Freitag. Und die New York Diaries sind ja vier Bücher. Und das ist jetzt der dritte Teil. Der erste Teil war Claire. Der zweite Band war Sarah. Und es wird noch einen dritten Teil, Zoe, geben. Hier hinten seht ihr alle vier mal so auf einen Blick. Ich glaube, der vierte Teil erscheint im Juni oder Juli. Ich glaube, im Juli, alle drei Monate. Und ja, zum einen Ellie Taylor, alias Anne Freitag. Und zum anderen Carrie Price, hinter der dann Adriana Popescu steckt. Und die schreiben das im Wechsel. Und ja, in den New York Diaries geht es ja um das Knights Building in New York City. Und um die Frauen, die dort wohnen. Alle Ende 20, Anfang 30 mit ganz unterschiedlichen Lebensgeschichten, Problemen. Und ja, ich fand den ersten Teil toll, den zweiten Teil genial und habe auch den dritten in zwei Tagen verschlungen. Erschienen ist der dritte Teil jetzt am 3. April im Knauer Verlag. Wurde mir auch von diesen zur Verfügung gestellt. Und das Buch kostet bruschiert und als E-Book je 10 Euro. Und hat 304 Seiten und ist in diesem wunderschönen Design, wie ich finde. Ich finde, die sehen wirklich alle toll aus. Auch von der Farbgebung. Und man sollte sich nicht abschrecken lassen. Es handelt sich dabei nicht um New Adult oder irgendwas in diese Richtung. Sondern es sind wirklich einfach, ja, sehr unterhaltsame, zum Schmunzeln und Lachen bringende Frauenbücher über starke Frauen, über Verwirrungen und Irrungen, wie sie das Leben schreibt. Und so ist es auch bei Phoebe. Ja, Phoebe ist eine glückliche Frau, die gefühlt all ihre Träume erfüllt hat. Sie wohnt in einer tollen Wohnung. Sie lebt in New York City. Sie hat einen tollen Job. Sie hat tolle Freunde. Und da sie nicht so richtig der Mensch für Beziehungen ist, hat sie eben auch so ein paar Liebeleien, was sie absolut in Ordnung findet. Sich nur darüber wundert, dass alle anderen es irgendwie etwas merkwürdig finden. Doch eines Tages geht Phoebe auf Dienstreise und verwechselt dann am heimkehrenden Gepäckband ihren Koffer. Und entdeckt da auf einmal Dinge in ihrem Koffer, mit denen sie überhaupt nicht gerechnet hat. Denn sie findet hier einen sehr ordentlichen, männerbepackten Koffer sozusagen. Mit Hemden und Anzügen und alles ultraordentlich. Ganz anders als ihr eigener. Und ja, unsere Phoebe ist tatsächlich so ein bisschen verzweifelt und vermisst vor allem Leo. Und bei Leo handelt es sich nicht um die Katze, um den Hasen oder irgendwas dergleichen. Auch nicht um ein Kuscheltier. Nein, Leo ist das Tagebuch. Eine Art Tagebuch von Phoebe. Und ja, es heißt Leo nach Leonardo DiCaprio. Denn Phoebe hat schon immer eine sehr, ja, wunderbar lebendige Fantasie. Und hat eben in ihrer Kindheit, in ihrer Jugendlichkeit immer mal mit Stars gesprochen. Hat Beziehungen zu Buchcharakteren und Serienfiguren aufgebaut. Und Leo ist ihr da eben ans Herz gewachsen. Und wenn sie eben Tagebucheinträge schreibt, schreibt sie nicht mein liebes Tagebuch oder Hallo, sondern Hallo Leo. Und vertraut ihm alles Mögliche an. Und umso schlimmer ist es, als eben ihr Koffer mit diesem Buch woanders landet. Nämlich bei David. Einem Autor, der eine sehr schlimme Scheidung hinter sich hat. Ein schlimmes Beziehungsende, das er in einem Manuskript verarbeitet hat, das sich im Koffer befindet. Das nun, der nun bei Phoebe ist. Und ja, diese Irrungen und Wirrungen führen uns jetzt durch New York. führen uns durch zwei Menschen, die gegensätzlicher nicht sein können. Und die uns eben mitnehmen auf ihren, ja, auf ihren Irrweg durch New York City. Und das hat Ellie Taylor, alias Anne Freitag, unglaublich gut rübergebracht. Das klingt nach einer Geschichte, die schon hundertmal erzählt wurde. Und dennoch ist sie frisch, ist sie modern, ist sie frech, ist sie schnelllebig. Und sie ist lebendig. Und ich konnte mich so gut in Phoebe hineinversetzen. Es war unglaublich. Es gab so manche Parallele, über die ich tatsächlich lachen musste. Und dachte, oh Gott, ich bin also nicht die Einzige, die das tut. Oder vielleicht doch, weil es ist ja hier nur ein Buchcharakter. Ich habe über ganz viele Dinge gelacht, geschmunzelt. Es war natürlich auch das eine oder andere dabei, wo man sich denkt, ach ja, so richtig ein Schwärmen gerät. Und ich fand diese Geschichte wirklich großartig. Mir hat es unglaublichen Spaß gemacht, auf Suche nach dem richtigen Kofferbesitzer zu gehen. Und es war einfach so ein wunderbarer Irrweg durch New York City. Und man hatte dieses Großstadtgefühl. Wir haben was vom Knights Building erlebt, vom Leben in New York City. Und es ging wirklich einem mit jeder Phase durch New York City. Und gerade das macht diese New York Diaries wirklich zu etwas ganz Besonderem, dass wir eben sehr erwachsene Persönlichkeiten haben, die eben auch erwachsen handeln. Natürlich sind wir alle mal im Herzen Kinder. Keine Frage, das erklärt auch das Tagebuch, das Leo heißt. Aber dennoch merkt man einfach, dass man hier etwas Greifbares, Stabiles irgendwie hat. Und die Menschen darin eben genauso denken, wie ich zum Beispiel einfach selbst mit Anfang 30. Also es ist kein Hin und Her und eine Dreiecks, Vierecksgeschichte von Jugendlichen, die eh morgen nicht mehr das wissen, was sie am Vortag noch gedacht haben zu wissen. Sondern es ist eben modern und es wirkt eben einfach so erwachsen. Und man hat das Gefühl, man sitzt mit Phoebe im Knights Building und sie erzählt einem was. Und besonders schön ist, wenn dann eben so die Charaktere aus den anderen Büchern so auftauchen oder in Erzählungen uns davon berichtet wird. Und das fand ich wirklich großartig. Es ist eine ganz, ganz tolle Reihe. Man kann alle Bände so lesen, wie man möchte, welche einem eben zuerst anspricht. Das kann man machen, wie man möchte. Es baut nicht irgendwie aufeinander auf. Man trifft auch immer mal wieder die Charaktere aus den anderen Büchern. Und man kann das lesen, wie man möchte. Also welche Lebensgeschichte einem sozusagen am besten gefällt, zu der greift man. Und wenn es einem gefallen hat, dann liest man eben die nächste. Und man muss sie also nicht der Reihe nach oder irgendwie lesen, sondern wie ihr Lust und Laune habt. Und ganz toll ist auch, dass es ja einen Soundtrack diesmal wieder gibt, den man auf Spotify findet. Hier hinten hat man die Songliste und man sich dann eben auch mit dieser Songliste, mit der Spotify-Liste sozusagen und dem Buch einfach zurücklehnen kann und lesen und genießen kann. Und dann ja, den Soundtrack sozusagen auch noch im Nachgang immer wieder hören kann. Ich habe von allen drei Büchern jetzt den Soundtrack auf Spotify und die laufen bei mir immer mal zwischendurch hoch und runter. Und es macht einfach unglaublichen Spaß. Und es ist eine absolute Leseempfehlung, hat mir ganz viel Spaß gemacht. Und ich freue mich jetzt auf Zoe, auch wenn ich es dann natürlich wieder schade finde, dass wir dann das Knights Building und New York City verlassen müssen. Aber ja, irgendwann muss man ja immer Goodbye sagen. Und ja, auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Buch, was mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ja, und dann schon eine Woche vorher begonnen haben wir im Leseclub Silo von Yu Howie. Dieser Name hat es irgendwie gefühlt für mich in sich. Ist im Juni 2014 im Pipa-Verlag erschienen, kostet aktuell als Taschenbuch 11 Euro, als E-Book 6 Euro, ist aber auch gebraucht, schon günstig zu erhalten. Ich habe ein Menge Exemplar damals ergattert. Ich glaube, für 5 Euro, genau im Hugendubel in Nürnberg bei einem Booktuber-Treffen. Hat 560 Seiten und ist der Auftakt einer Trilogie. Und es sind meines Wissens auch schon alle drei Teile erschienen. Und der zweite Band kümmert sich dann wohl um die Vorgeschichte. Und ich weiß gar nicht, ob es der dritte Band ein Prequel war. Ich weiß es gar nicht mehr. Dementsprechend, ja, das Buch haben wir im Leseclub jetzt im März gelesen. Und es ist eine Art Science-Fiction-Thriller von einer sehr feindlichen und zerstörten Umwelt. Und in der eben, ja, die Menschen, die wenigen, die es gibt, nicht mehr leben können oder überleben können. Und das Leben findet eben in Silos statt. Und Silos sind eben, ja, im Grunde Bunker unter der Erde, die sehr, sehr tief sind, sehr viele Stockwerke haben. Und nach einem sehr strengen Gesetz, sehr strengen Regeln man dort im Grunde lebt. Und wenn man diese Regeln nicht einhält, dann wird man hinausgeschickt, um, ja, die einzige Sicht nach draußen, eben so eine Art Fernrohre zu reinigen. Und im Grunde dann, dadurch, dass die Luft so feindlich ist, eben auch zu sterben. Und, ja, da kommen wir im Grunde in der Geschichte ziemlich mit hinein. Werden direkt mit so etwas konfrontiert. Und es war ein unglaublich spannender Anfang. Es soll ja so eine Endzeit-Dystopie-Thriller sein. War zumindest so mein Gefühl daraus. Und ich fand den Anfang wirklich sehr, sehr spannend. Also so die ersten zwei, drei Leseabschnitte, was so ungefähr 150 Seiten waren, also so ein gutes Drittel, fand ich mega spannend. Es war zwar manchmal schon so ein bisschen, wo ich dachte, ja, wir haben jetzt verstanden, dass die Bürgermeisterin irgendwie nach unten geht. Und dass es anstrengend ist und was da uns erwartet. Aber es hatte eben irgendwie was Atmosphärisches. Also es war wunderbar erzählt. Es war super spannend. Es war echt packend und hat Spaß gemacht. Dann kam ein unglaublich langatmiger und auch langweiliger Mittelteil, der sich irgendwie zu einem Krimi, in dem wir irgendwelche Todesfälle klären müssen, verwandelt hat. Und ich dachte mir, wo bin ich jetzt? Was soll das? Wofür das hin? Wo ist meine Dystopie? Wo ist meine Endzeit? Und ja, das Ende, ich würde dann auch tatsächlich sagen, die letzten 100, 150 Seiten waren dann wieder sehr spannend. Aber irgendwo hatte mich die Geschichte zwischendrin eben einfach verloren. Und wenn man sich dann nicht auf den nächsten Leseabschnitt freut, sondern so denkt, naja, jetzt bringe ich das hinter mich. Ja, merkt man einfach, dass es irgendwie nicht der packendste und spannendste Roman ist. Das Ende hat natürlich ein bisschen was wieder rausholen können. Von der Langatmigkeit im Mittelteil gar keine Frage. Aber es wirkte vieles, was zur Lösung der Geschichte beigetragen hat, für mich unglaublich konstruiert. Es waren unlogische Dinge dabei, wo ich dachte, oh genau, das will er uns jetzt weismachen. Und ich finde, man hat dem Buch angemerkt, dass es eigentlich anders konzipiert war. Es waren ja irgendwie Einzelteile. Die Bücher sind als Einzel-E-Books erschienen. Und dann hat man diese Geschichten irgendwie zusammengefasst, zu einem großen Ganzen. Und ich weiß nicht, ob da zwischendrin nicht mal einer drüber gelesen hat, ob so manches Sinn macht oder nicht. Ich hatte manchmal den Eindruck, das hat einen gar nicht interessiert. Und ja, ich fand mich wirklich gegen Ende hin überhaupt nicht mehr so gelungen. Es war ein sehr moderner Schreibstil, der einen eben manchmal schon wieder eingefangen hat, packen konnte. Aber eben nicht durchweg und eben auch durch Längen, die sich wirklich sehr lange angefühlt haben. Eben nicht irgendwie mit Scham oder Atmosphäre oder etwas Epischen irgendwie ausgleichen konnte. Und es war halt auch nichts wirklich Neues. Natürlich ist das Buch jetzt schon drei Jahre alt. Keine Frage. In der Zeit hat man selbst schon viele Dystopien gelesen. Egal ob Jugenddystopien oder Erwachsenen-Dystopien. Ganz egal. Aber es war für mich jetzt halt nichts Neues. Und dafür, dass es nichts Neues so gefühlt war, hatte es eben auch nichts Besonderes. Und natürlich sind so die Hinterfragungen von so einem Regime immer interessant. Oder wenn sich der Unmut in der Bevölkerung im Grunde ausbreitet. Das ist natürlich spannend und das ist dann auch dystopisch. Aber für mich war so dieses Endzeit-Feeling, dieses Dystopie-Feeling, Thriller-Feeling irgendwie nicht so richtig da. Und es war halt teilweise wirklich mir zu viel Krimi und zu viel Auflösungsarbeit. Und man ist von einem Rätsel ins andere gestolpert und hat am Ende aber gar keine Lust mehr gehabt, das irgendwie aufzuklären. Und finde ich unglaublich schade. Ich wollte wirklich, dass es mir gefällt, weil ich wirklich dachte, ich habe da eine Trilogie. Vielleicht so ein bisschen eine andere Richtung, wie es vielleicht bei der Passage-Trilogie war. Das ja wirklich eine unglaublich tolle Endzeit-Geschichte war. Und dachte, vielleicht kann das hier so ein bisschen mithalten und episch sein. Aber ja, leider nicht. Konnte mich nicht so richtig überzeugen. Es war ein gutes Buch. Und mir hat auch der Schreibstil eben doch so durchweg gut gefallen. Aber mehr halt leider auch nicht. Also ja, man kann es lesen. Nein, man muss es aber nicht gelesen haben. Es gibt, denke ich, durchaus bessere Dystopien, Endzeit-Geschichten. Und ja, finde ich schade. Aber nicht jedes Buch kann natürlich auch ein Highlight sein. Und das letzte Buch der Woche habe ich dann Freitagabend beendet. Und zwar Carival von Stephanie Garber. Ein Buch, das jetzt am 20. März diesen Jahres im EWI-Verlag erschienen ist. Kostet bruschiert 15 Euro und als E-Book 13. Hat 400 Seiten und wurde mir vom Verlag zur Verfügung gestellt. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, habe ich das Buch zusammen mit der lieben Susan vom Kanal Susan Lives gelesen. Beziehungsweise Waldschrad liest. Und in dem Namen ist sie ja, denke ich, noch bekannter. Aber sie hat sich ja jetzt umbenannt. Und ihr findet natürlich ihren Kanal auch unten in der Infobox. Und ja, Susan und ich haben sehr spontan zu diesem Buch gegriffen. Hatten es halt schon jetzt ein, zwei Wochen auf dem Sub. Und haben damit schon so ein bisschen überlegt, ob wir das zusammen lesen. Und irgendwie haben wir dann die Woche beschlossen, ach, neben Silo zumindest ich, möchte ich irgendwie jetzt was anderes lesen. Und wollte eigentlich mit einem anderen Buch anfangen. Und dann haben wir gesagt, oh, vielleicht lesen wir dann halt Montag, Dienstag mit Karen. Und dann haben wir uns aber irgendwie spontan dazu entschlossen, das Buch in fünf Teile, glaube ich, haben wir es gepackt. Oder, ja, ich glaube in fünf Teile. Kurz nachdenken, ich glaube von nur so 80 Seiten. Und haben dann losgelegt und uns auch wunderbar ausgetauscht. Und es hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Und ja, ich bin auch sehr gespannt auf die Abschlussmeinung von Susan. Ja, ich war wieder mal ein bisschen schneller. Ja, ich... Ja, was denn nur für das Buch spricht. Aber um was geht es in Karen. Nicht nur, dass es ein sehr cooles Cover hat, es hat auch eine sehr spannende, mystische und magische Geschichte. Es erwartet einen im Grunde so ein modernes Alice im Wunderland. Denn Caraval ist ein Spiel. Und dieses Spiel wird auf einer Insel gespielt. Und der Spielemacher ist Legend. Und unsere Protagonistin Scarlett schreibt schon, seitdem sie klein ist und jung ist, Briefe an diesen Spielemacher, dass sie unglaublich gern an diesem Spiel teilnehmen möchte, dass sie bei Caraval dabei sein möchte. Ein Spiel, das eben mit Magie spielt, in dem die Tag zur Nacht wird und in der Nacht das Leben eben pulsiert. Und ja, Scarlett hat eben von ihrer Oma einiges darüber erfahren, hat sehr früh ihre Mutter verloren, lebt nun mit ihrer Schwester Donatella, die liebevoll Teller genannt wird, bei ihrem doch sehr brutalen Vater, der immer denkt, er muss alles unter Kontrolle haben und die Mädchen auch untereinander wirklich sehr stark ausspielt. Und man wirklich denkt, so ein Idiot. Und das ist schon eine nette Formulierung für diesen Mann. Eine Woche vor der Hochzeit von Scarlett, ja, taucht auf einmal ominös die Einladung zu Caraval auf. Und Teller möchte unbedingt von ihrem Vater fliehen und möchte dabei sein und möchte auch, dass Scarlett mitfährt. Diese wehrt sich vehement, doch Julian, ein junger Mann, der uns dann weiterhin auch durch die Geschichte ein bisschen begleiten wird, ja, entführt beide Schwestern, bringt sie auf die Insel und ja, verfolgt dann im Grunde mit Scarlett das Spiel und die Suche nach ihrer Schwester, denn die ist verschwunden. Und die große Aufgabe im großen Caraval-Spiel ist es dann eben, ja, Donatella zu finden und lebend aus der Geschichte wieder herauszukommen. Und das war eine mega geile Geschichte. Die erschaffene Welt war unglaublich plastisch, sehr lebendig. Es war mal etwas gefühlt ganz anderes. Es war magisch, es war mystisch, es war Wahnsinn und es war eben, was ist Spiel, was Fiktion, was ist noch echt? Wie spielen die Dinge miteinander? Was passiert im Kopf bei Scarlett? Wer ist Julian? Wer ist Legend? Was hat es mit den ominösen Gerüchten zu tun? Warum ist der Vater, wie er ist? Wer ist der Graf? Und ja, was passiert alles auf dieser Insel? Und es war mega spannend, es war packend, es war mitreißend. Man hatte Bilder vor den Augen und der Film ist wirklich mitgelaufen und weitergelaufen. Man konnte sich die Welt unglaublich gut vorstellen. Es war grandios beschrieben und es hat wirklich Spaß gemacht, diese Geschichte zu lesen, einzutauchen und sich mitnehmen zu lassen. Und die Geschichte ist unterteilt in die einzelnen Nächte von Caraval, was ich großartig gemacht fand. Und es war wirklich immer so ein Aha-Moment und es war total cool, da reinzukommen, mitzulesen. Ich habe vorhin gesagt, es ist so ein bisschen wie Alice im Wunderland, wenn sie durch den Kaninchenbau dann eben im Wunderland landet. Und so hat man das Gefühl auch bei Scarlett. Sie landet da in einer Welt, die total anders ist, magisch ist, mystisch ist, spannend ist und weiß so recht gar nicht, was sie tun soll. Sie sorgt sich um ihre Schwester und man weiß gar nicht so richtig, was passiert hier, wo geht das hin. Und bei Scarlett sind wir schon bei meinem großen Kritikpunkt. Und ja, diese Protagonistin war definitiv ein Kritikpunkt. Scarlett ist ein unglaublicher Jammerlappen. Es wird gefühlt drei Viertel des Buches von ihrer Seite nur gejammert, nur gemeckert. Sie macht sich ständig Gedanken, was ihr Vater denkt, was ihre Schwester denkt, was ihrer Schwester passieren könnte, was ihr Verlobter denkt, was ihr Vater denkt, was ihre Schwester denkt, was mit ihrer Schwester ist. Und ihr seht, ich wiederhole mich. So war es gefühlt auch im Buch. Ich fand sie wirklich schrecklich. Diese Geschichte wäre ein absolutes Highlight, wenn Scarlett ein bisschen ein stärkerer Charakter gewesen wäre, ein bisschen ein echterer Charakter. Ich fand es teilweise sehr aufgesetzt. Das Mädchen möchte seitdem sie Junges zur Carrival. Und als sie die Möglichkeit bekommt, hat sie nichts anderes im Kopf als ihren idiotischen Vater und ihren beknackten, nicht bekannten sozusagen Verlobten. Und man denkt sich, Mädel, spiel dieses Spiel und genieße es und lebe darin und mach endlich mit. Und nein, sie weint hier, sie weint da. Ein ganz schrecklicher Charakter. Und das ist wirklich was, was mir total wehtut, weil dieses Buch von der Idee, vom Konzept, von der Spannung und auch vom Sprachstil, der sehr blumig war, ausführlich war, aber eben auch seine Grenzen gekannt hat, eben einfach so grandios war. Aber Scarlett ist für mich wirklich so ein ganz großes Minus. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie diese Geschichte weitergeht. Denn würde man den Epilog nicht lesen, hätte man im Grunde einen abgeschlossenen ersten Band. Doch der Epilog weist einen irgendwie darauf hin, es kommt da noch was. Und es ist wohl schon bekannt, dass es ein Zweiteiler wird. Und auch die Buchrechte sind schon für den Film verkauft. Das heißt, wir werden da wahrscheinlich auch einen sehr fulminanten, großen Film erwarten können, auf den ich mich mega freue und ich hier wirklich ein grandioses Märchen mit Mystik und Magie erwarte. Und auch etwas sehr Schönes habe ich mir herausgeschrieben. Und zwar steht das vor der Tür zu Carrival. Und zwar heißt es Willkommen, Willkommen in Carrival. Dies ist die großartigste Vorstellung an Land und auf dem Meer. Ihr werdet Wunder erleben, wie sie viele Menschen ihr Leben lang nicht begegnen. Ihr könnt Magie aus einer Tasse trinken und Träume in Flaschen kaufen. Doch bevor ihr ganz und gar in unsere Welt eintaucht, erinnert euch daran, dass alles nur ein Spiel ist. Was jenseits dieses Tores geschieht, mag euch ängstigen oder begeistern, aber lasst euch davon nicht in die Irre führen. Wir werden versuchen, euch vorzumachen, dass alles wirklich ist. Aber das ist Teil unserer Vorstellung. Es ist eine Welt aus Illusionen. Wir wollen euch davon tragen. Doch gebt Acht, dass ihr nicht zu weit davon getragen werdet. Wahrgewordene Träume können wunderschön sein, aber sie können auch zu Albträumen werden, aus denen man nicht mehr erwachen kann. Das fand ich wirklich großartig und das im Grunde so durch das ganze Buch. Eine ganz, ganz tolle Geschichte, ein wirklich fulminanter Einstieg in diese Welt. Ich bin mega gespannt, wie es weitergeht. War tatsächlich ein wenig enttäuscht, als ich verstanden habe, dass es noch einen nächsten Teil gibt, weil ich dachte, es ist ein Einzelband. Aber gut, man kann natürlich auch mit einem so grandiosen Reihenauftakt leben. Ich hoffe, dass Scarlet sich irgendwie noch anderweitig entwickelt und sie mir dann hoffentlich im zweiten Teil nicht mehr so auf den Keks geht. Ja, das muss einfach dazu gesagt sein. Ja, das waren die Bücher dieser Woche. Fand ich wirklich eine sehr gute Bücherwoche. Hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und neben den Büchern gab es diese Woche aber auch ein absolutes Serien-Highlight bei mir. Ihr habt schon gesehen, ich habe ein extra Video dazu gemacht. Das packe ich euch mal in die Infobox. Und zwar habe ich Tote Mädchen lügen nicht. Eine Buchverfilmung von Jay Eschers Roman Tote Mädchen lügen nicht. Also Serie gleich wie das Buch, beziehungsweise im Englischen 13 Reasons Why gesuchtet. Ich habe, glaube ich, Samstag angefangen, Sonntag, Montag, Dienstag. Und ich glaube, Dienstag auf Mittwochnacht war ich dann fix und fertig mit mir und meiner Welt nach den 13 Folgen. Und ja, ihr könnt natürlich einfach mal mein Video gucken zu der Serie. Ich fand sie wirklich großartig. Es hat viel Spaß gemacht. Es ist nicht nur irgendeine Jugendserie, sondern es wird ein sehr ernstes Thema. Eben ein Selbstmord eines jungen Mädchens besprochen. Was im Grunde dazu geführt hat. Und es sind eben 13 Gründe, 13 Folgen, 13 Kassetten. Denn Clay, unser Protagonist, kannte im Grunde das Opfer und hört aktuell eben Kassetten, die sie zurücklässt, um zu erklären, warum sie sich umgebracht hat. Und es führen eben ganz, ganz viele Gründe, die ja augenscheinlich vielleicht so irgendwie unwichtig sind, nichtig sind. Wo man sich denkt, Mädel, jetzt nimmt ihr das nicht so zu Herzen. Eben dazu, dass sie sich das Leben nimmt. Und das erfahren wir wirklich gleich zu Beginn. Und wir verfolgen dann eben die Geschichte, wie es überhaupt so weit gekommen ist. Und man hört eben immer in Erinnerungen die Stimme von Hannah. Und es hat in der Serie einfach unglaublich gut gepasst, wie die Gegenwart mit der Vergangenheit zusammengeschnitten wurde. Wie Clay, unser Protagonist, damit umgeht. Wie alle anderen mit diesem Selbstmord umgehen. Und gerade die, die dann eben auch irgendwie auf diesen Kassetten auftauchen, sich vielleicht mal fragen, was haben wir irgendwie falsch gemacht? Haben wir was falsch gemacht? Und wofür das eigentlich hin? Und ja, ich kriege direkt Gänsehaut. Das war eine großartige Serie, die mich wirklich gepackt hat, begeistert hat. Ich hatte das tatsächlich nicht erwartet, weil ich eigentlich dachte, ja, das Buch hat dir ja schon alles erzählt. Das ich ja vor vier Jahren, glaube ich, gelesen habe. Aber ich fand es wirklich toll. Es hat echt Spaß gemacht. Es hat mich tief in den Abgrund gestürzt. Und wirklich auch noch die nachfolgenden Nächte hat es mich jetzt immer wieder verfolgt. Und das ist schon ganz schön creepy. Dann starten wir heute am Samstag mit Drood von Dan Simmons. Ja, es gibt ja eine Dan Simmons Lesegruppe via Facebook. Ich packe sie natürlich in die Infobox. Und wir haben im Januar ja Terror gelesen. Und wir starten jetzt mit Drood. Und wie ihr seht, wir werden recht lange in Drood lesen. Denn das Buch hat, glaube ich, auch wieder um die, ja, 970, 980 Seiten. Und es ist irre. Es ist echt irre. Das Einteilen war eine Kunst für sich, wie ich finde. Wir befinden uns in der Geschichte 1865 in London. Und wir begleiten Charles Dickens auf den letzten Jahren seines Lebens. Denn bei einem dramatischen Eisenbahnunglück finden etliche Menschen den Tod. Unter den Passagieren, die die Katastrophe überlebten, ist eben Charles Dickens. Und nach dem Unfall ist er nicht mehr derselbe und taucht immer öfter in der Londoner Unterwelt ab. Und ja, ist hier besessen von einem mysteriösen Mann namens Drood, dem er an der Unglückstelle begegnet ist. Und hier stellt sich dann eben die Frage, ist Drood überhaupt ein Mensch? Und ich bin total neugierig, total gespannt, mega irre darauf, das jetzt zu lesen und darin zu versinken. Und ja, ich habe eine gebrauchte Ausgabe, das sieht man auch durchaus, finde ich aber gar nicht weiter schlimm. Ein E-Book gibt es leider zu Drood nicht. Wer jetzt ganz spontan sagt, ich lese ab heute mit, den muss ich leider enttäuschen. Geht in die Buchhandlung, holt euch das Buch. Oder gegebenenfalls, wenn ihr das Gebrauchfach bestellen wollt, habt ihr noch die Möglichkeit, dann halt ein bisschen an Tagen Verzögerungen mitzumachen. Aber das ist gar kein Problem. Die Einteilung ist ja immer so, dass es pro Einteilung Leseabschnitt einen Post gibt in Facebook. Das heißt, man kann es ja auch nicht spoilern. Man geht eben in diesen Leseabschnitt, den man selbst schon gelesen hat und teilt dann seine Meinung einfach mit. Und ich freue mich sehr auf Drood. Also bin da wirklich sehr neugierig und sehr, sehr gespannt. Das nächste Buch, das wir im Leseclub lesen werden, ist Vollendet von Neil Shusterman. Ich hoffe, man spricht den so aus. Das werden wir Ende April lesen. Und hier haben wir ein, selbst betitelt, ein erschütternd reales Zukunftsszenario, wo es eben um die Umwandlung von Jugendlichen geht. Und ich bin da sehr gespannt. Also es klingt sehr brutal, es klingt sehr düster. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es ganz so was für mich ist, ob es nicht vielleicht zu brutal sein könnte. Aber ich bin sehr neugierig und freue mich auf das Buch. Die Einteilung wird jetzt, denke ich, in den nächsten ein, zwei Wochen nach Ostern passieren. Ihr habt also noch alle Zeit der Welt, um euch das Buch zu besorgen, wenn ihr mitlesen wollt. Ich packe euch das Buch auch einfach mal in die Infobox. Leseclub ist sowieso immer verlinkt. Guckt da gerne, wenn ihr Lust habt. Und seid dann gerne mit dabei, wenn ihr mit uns lesen wollt. Und dann gibt es diese Woche auch zwei Neuzugänge. Zum einen hat mich ein großartiges Buch erreicht. Die 30 Tage Schreibchallenge von Tinga Bäre. Und zwar habe ich mir das beim Indie Lese Festival, letztes Mal im Februar war das, also vorletzten Monat, habe ich mir das als E-Book geholt. Weil ich tatsächlich einfach, ich habe ja zwei, drei Entwürfe, Gedanken von Büchern im Kopf auf dem PC. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme nicht weiter. Beziehungsweise überlegt man dann eben, macht man überhaupt weiter, fängt mal eine neue Geschichte an. Und irgendwie hat mich nicht nur das Cover angesprochen, sondern der Gedanke, dass es eben hier heißt, mit nur zehn Minuten täglich zu einer Schreibroutine. Und Tinga Bäre schreibt so schön in 30 Tage Schreibchallenge, schweige ich dich in sechs Geheimnisse ein, die es dir leicht machen, jeden Tag zu schreiben, kreativ auszutoben. Darfst du dich dann im Tagebuchteil. Dokumentiere deinen Fortschritt, beantworte täglich eine Frage zu deinem Schreiben und male die süßen Illustrationen aus. Für Tage, an denen du unmotiviert bist, gibt es meine Erste-Hilfe-Tipps. Wem ist alles noch nicht ausreichend, für den habe ich am Ende noch ein bisschen extra Motivation mit in das Buch gepackt. Und die liebe Tinga habe ich auf der Leipziger Buchmesse kennengelernt. Und wir haben uns darüber unterhalten. Und sie hat auch schon, ich bin schon ganz gespannt, wie du das findest. Und ja, dann war sie so lieb und hat mir jetzt wirklich diese coole Ausgabe sozusagen geschickt. Denn es ist ja hier so ein Ringbuch, in dem man dann eben wirklich wunderbar lesen kann, blättern kann und dann eben auch hineinschreiben kann. Man kann sich diese Vorlagen, soweit ich das mitbekommen habe, auch im Internet herunterladen. Ich glaube, da steht beim E-Book dann mit drin, dass man das kann und könnte sie sich dann selbst ausdrucken. Aber ich bin sehr neugierig. Also das motiviert mich unglaublich und ich danke dir, liebe Tinga, dass ich dieses Büchlein von dir bekommen habe. Es war auch noch eine niedliche Postkarte mit drin, 30-Tage-Schreib-Challenge und eben eine Visitenkarte. Zudem ist das Buch natürlich auch liebevoll signiert. Es hat mich wirklich mega gefreut und ich bin mega gespannt. Jetzt mal gucken, vielleicht starte ich ja tatsächlich im Mai. Da habe ich eine Woche Urlaub, habe vielleicht ein bisschen Zeit. Einfach mal damit und schreibe meinen Bestseller, den neuen Harry Potter. Nein. Aber Harry Potter war gerade eine gute Überlegerung, die gar nicht so geplant war. Denn bei mir ist da eingezogen, fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Endlich ist der Film auf Blu-ray bzw. DVD erhältlich. Und ich musste ihn natürlich direkt haben. Ich habe den Film ja zweimal gesehen, absolut geliebt. Ich fand das Drehbuch grandios, hat echt Spaß gemacht und ich freue mich jetzt diesen Film daheim vor dem heimischen Kino anzuschauen. Heimischen Fernsehen anzuschauen. Und es gibt wunderbare Specials, über eine Stunde weitreichende, vielteilige Specials. Triff die fantastischen Charaktere sowie Geschöpfe und entdecke ihre Geschichten. Tauche ein in die Welt von Marcuse, Nudes Koffer und viele andere Filmorte. Meine Güte. Ja, ich freue mich drauf. Also ich habe die Blu-ray bekommen bzw. mir mitbringen lassen und bin mega gespannt. Ich freue mich auf diese Specials und auf dieses Eintauchen in diese Welt. Und ach, es ist nicht toll. Und ist der Niffler nicht niedlich? Ja, ich glaube, der Niffler wird tatsächlich einer meiner nächsten Funkos. Also den finde ich so grandios niedlich und der sieht auch als Funko total putzig aus. Und wer braucht Termine und Ron, wenn er einen Niffler haben kann, oder einen Nude? Also ab dieser Woche auch erhältlich für alle die, die den Kinofilm toll fanden, können jetzt den Film feiern und ihn auf DVD und Blu-ray sich besorgen. Und ich gucke gerade auf meine intelligente Liste und sehe, dass ich diese Woche sonst nichts weiter sozusagen erlebt habe, was in die Bücherwoche irgendwie zu tun hat. Damit, war das jetzt deutsch? Nein, ich glaube irgendwie nicht. Ich habe eine kleine Medimops-Bestellung gemacht. Ich hoffe, sie kommt vielleicht Anfang nächster Woche. Dann kann ich dazu natürlich direkt ein kleines Video machen. Und wenn euch das interessiert, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und ich denke, dass es dann nächsten Woche auf jeden Fall meinen Monatsrückblick geben wird. Der für März fehlt ja noch. Und ja, dann eventuell das Unpacking mal gucken. Oder ja, schauen wir einfach mal. Und dann ist nächste Woche ja tatsächlich schon Ostern. Ich versuche da auch, die Bücherwoche vielleicht schon am Samstag hochzuladen. Muss mal gucken, wie ich da Freitag dazu komme, weil ich am Karfreitag die Ehre habe, bis Mittag zumindest zu arbeiten. Und ja, da gucken wir dann einfach mal. Aber ihr werdet sehen in der Abo-Liste. Und ja, genug geplaudert. Mich würde jetzt natürlich interessieren, was habt ihr diese Woche gelesen? Habt ihr eins der Bücher, die ich euch jetzt heute schon gezeigt habe, vielleicht schon gelesen? Wie haben euch die Bücher gefallen? Seid ihr bei Drude dabei? Freut ihr euch auf fantastische Tierwesen? Und wie hat euch Tote Mädchen Lügen nicht gefallen? Alle Fragen ab in die Kommentare und beantworten. Und guckt gerne nach meiner Infobox zu den einzelnen Links. Da findet ihr vielleicht... Da findet ihr alle Infos, die ihr irgendwie braucht. Und ja, ich wünsche euch nun ein schönes Wochenende. Danke euch fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen tollen Tag, einen schönen Abend. Und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.